Viele Spielsachen werden irgendwann nur noch wie wertlose Gegenstände behandelt. Oft werden sie einfach weggeschmissen oder in dunkle, lieblose Räume verbannt. Doch was ist, wenn wir falsch liegen? Was ist, wenn manche von ihnen auch eine Seele haben? Und was ist, wenn diese Rache nehmen will? Hallo meine Lieben! Und nicht wundern, mein Papa bohrt. Willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es ein neues Make-up Art. Und zwar, wie ich im letzten Video schon erklärt habe in meinem Kosmetik-Haul. Verlinke ich euch mal in der Infobox, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Ich bin zwar leider nicht bei den NYX Face Awards dabei dieses Jahr. Versuche mein Glück nächstes Jahr nochmal. Aber um zu üben und um coole Make-ups für euch rauszuhauen, dachte ich, ich gucke, was für Challenges NYX den Teilnehmern gibt und lasse mir trotzdem ein Glück dazu ein, weil ich meine, verbietet ja niemand. Und heute schminke ich bei euch meine Vintage-Doll. Zuerst habe ich mir eine kleine Maske gemacht, die dieses rausgebrochene, mit diesem Besen drunter darstellen soll. Und dazu habe ich meinen Face-Cast das erste Mal ver... Und dazu habe ich meinen Face... Papa! Und dazu habe ich meinen Face-Cast das erste Mal verwendet. Und da zeige ich euch jetzt mal ganz kurz, wie ich diese Maske gemacht habe. Zuerst stelle ich mir mit Mehl und Flüssiglatex Latexpaste her, mit der ich die rausgebrochene Stelle des Puppengesichts modelliere. Ich kippe mir auch etwas extra Flüssiglatex in eine kleine Schüssel, damit ich meinen Finger darin eintauchen kann und die Latexpaste etwas glatt streichen kann, ohne dass mein Finger zu sehr daran kleben bleibt. Diese rausgebrochene Stelle hier, die werde ich jetzt weiter mit Latex bearbeiten. Und zwar probiere ich mir hier eine schön grisselige Hautstruktur zu machen und ich werde mir eine sehr böse, dreinguckende Augenbraue hier noch. Und füge mit dem Griff meines Löffels auch noch ein paar Kerben hinzu, woraus ich dann später ein paar Risse malen werde. So, die Maske ist jetzt einigermaßen getrocknet und deswegen werde ich sie jetzt erstmal mit dem Nude Illusion Powder von Catrice abpudern und werde vorsichtig versuchen, sie abzuziehen und werde auch unten drunter alles abpudern, damit es nicht zusammen klebt. Okay, jetzt werde ich schnell meine Haare zurückbinden und sehen wir uns gleich wieder. So, da ich mit Latex arbeite und auch bei der Puppenhälfte meine Augenbrauen vorher ein bisschen verändern möchte, werde ich jetzt zuerst mal meine Augenbrauen anbleiben, damit die dann auch nicht im Latex stecken bleiben oder im Hautkleber und sich sie mir komplett rausreißen. Und da ist jetzt eine Schicht Leim drüber, die werde ich jetzt erstmal trocknen lassen und werde mir derweil meine schwarze Kontaktlinse in mein Auge einsetzen. Okay, ich glaube, das mit der schwarzen Kontaktlinse wird nichts, denn sie ist irgendwie ein bisschen schlecht. Sie ist sehr hart und gebrochen. Und ja, schade. Meine grünen Kontaktlinse gibt es genauso. Da ist irgendwie auch eine weiße Kruste dran. Ich glaube, sie sind verschimmelt. Obwohl ich die erst vor zwei Monaten bekommen habe. Ich glaube einfach, die Kontaktlinse-Lösung war nicht mehr so gut, ne? Dann müssen wir das ohne Kontaktlinse machen. Okay, dann nehme ich jetzt meinen Mastix Hautkleber und werde mir erstmal da überall Hautkleber hinmachen, wo die Maske im Endeffekt hinkommt. Dann nehme ich mir jetzt meinen HD-Concealer von NYX in der Farbe 02 Fair und retuschiere mir, damit es um meine Augenbrauen. Dann nehme ich mir meine NYX Color Correcting Concealer Palette und lasse erstmal so kleine Marketchen verschwinden. Durch dieses Mehl in der Latexpaste ist es hier ein bisschen sehr grün, deswegen gehe ich hier, wo eigentlich diese Porzellan-Hauptwache ist, noch ein bisschen mit diesen rötlichen Ton drüber. So, jetzt nehme ich meine NYX Total Control Drop Foundation und meine weiße Theater-Schminke. Mische das so, dass ich daraus einen schönen Porzellan-Hauptton machen kann. So, jetzt nehme ich mir meinen NYX Wonder Stick und zaube mir ein sehr schöner Puppenkontor ans Gesicht. So, da mein Gesicht viel zu cremig ist, als dass es überhaupt meine Creme-Kontur annimmt, pudere ich jetzt erstmal alles ab mit meinem Make-Up Factory Setty-Up-Puller. Und jetzt nehme ich mir meine NYX Contour Palette und die verschärfende Konturen. Jetzt nehme ich mir einen helleren Ton und hebe das, was hervorstehen soll, hervor. So, ich gehe auch nochmal in meine Theater-Schminke, um das Ganze noch mehr hervorzuheben. Jetzt nehme ich mir meine Tailwind Frame Pomade und zeichne mir eine etwas künstlichere, puppenhafte Augenbraue. Und mit einem kurzen Concealer mache ich sie unten noch ein bisschen schärfer. Jetzt nehme ich mir meinen Liner-Designer von Make-Up Factory und male auf die Fake-Augenbraue ein paar dünne Härchen, so dass es noch plakativer aussieht. Jetzt nehme ich mir von NYX den White Liquid Liner und vergrößere optisch mein Auge. Jetzt nehme ich mir die 120 Color Palette von BH Cosmetics und setze das mit weißem Lidschatten. Mit dem weißen Kajalstift von NYX mache ich meine Wasserlinie auch noch heller. Und jetzt umrande ich dieses Puppenauge nochmal mit meinem Liner-Designer von Make-Up Factory. Und die Puppenaugenbraue ziehe ich noch mit braunen Lidschatten nach. Dann mache ich mir noch einen schönen blauen Lidschatten. Jetzt nehme ich meinen Defining Blush von Catrice in einem schönen Pink und mache mir ordentlich Blush auf die Bäckchen. So, jetzt mache ich erstmal die andere Seite weiter. Ich nehme jetzt erstmal den schwarzen Teaterschmink und lasse ich erstmal alles mit schwarz einmal. Und jetzt sette ich das noch mit dem schwarzen Lidschatten von Make-Up Factory. Jetzt nehme ich wieder meinen Eyeliner von Make-Up Factory und ziehe diese Risse hier ein bisschen nach. Jetzt gehe ich über das Ganze nochmal mit ein bisschen dunklen Brauen drüber. So, jetzt muss ich ein bisschen schattieren. Ich gehe unter der Augenbraue nochmal ein bisschen Beineiner von Make-Up Factory lang. Und verblende das ein bisschen. Und jetzt nehme ich mir ein Rot und gehe über diese Augenbraue drüber. Jetzt nehme ich mir nochmal meinen HD-Concealer, gehe hier an diesen obersten Kanten lang, dass ich die highlighte, dass man auch sieht, dass sie wirklich hervorsteht. Und jetzt mache ich hier noch einen schwarzen Kajalstift in meine Wasserlinie. So, jetzt mache ich jetzt mal meine Wimpern. Und zwar tusche ich die erstmal, die oberen Wimpern, mit der Wurf der Hype Mascara. Und jetzt klebe ich mir oben eine Wimper auf. Und zwar von Red Cherries, die L.E.L. Flashes. Meine innere Wasserlinie mache ich mir da jetzt auch nochmal schwarz. Und an meine untere Puppenwasserlinie klebe ich mir jetzt meine Ardell Natural Lashes. Und außen werde ich noch ein bisschen mit schwarzen Lidschatten vertiefen. So, jetzt nehme ich mir mal meine Tam-Frame-Augenbrauen-Pomade und einen so ganz, ganz, ganz dünnen Pinsel. Und ich will mal versuchen, ob ich so Sommersprossen hinbekomme. Darum gefällt mir die Kontur noch nicht. Ich will die Kontur noch verschieben. Jetzt mache ich eine Porzellanpuppe ohne Glanz. Dann nehme ich jetzt aus der Mrs. Bella Palette Unreal. Und jetzt mache ich noch diesen typischen Puppenmund. Dafür nehme ich mir den Debal Meet Matt Rouges in der Farbe Loyal. So, aber nur außen. Und innen mache ich jetzt meinen neuen Anastasia Beverly Hills Liquid Lipstick in der Farbe Carina. So, den Rest meiner Lippen mache ich jetzt nochmal mit Concealer-Lick. Jetzt nehme ich nochmal den weißen Liquid Liner von NYX und setze ein paar Highlights. Jetzt schmere ich mir hier auf diese Hälfte noch ein bisschen Kunstblut, bis es aber nochmal gruseliger wird. Bis es aber nochmal gruseliger wird. Bis es aber nochmal gruseliger wird. Untertitelung des ZDF, 2020